Kamera läuft! Nicht der Wille ist der Antrieb unseres Handelns, sondern die Einbildungskraft. Das schreibt Emil Kueh 1925 in seinem Buch über die Selbstbemeisterung. Was meint er damit? Autosuggestion, Suggestion, Vision, Vorstellungskraft, alles das ist notwendig. In der Musik habe ich das nicht, fällt es mir schwer etwas umzusetzen und vor allen Dingen mit Power. Alles das werde ich mit euch durchgehen in meinem Kurs die Macht der Einbildungskraft, Visionen und die Power diese Visionen umzusetzen. Ich freue mich auf euch!